Hey, ich bin Dustin von Chili Pro Scooters und heute zeige ich euch einen von unseren All-Stars. Das ist unser absoluter Bestseller, der Reaper. Der Reaper ist am Ende entstanden durch drei verschiedene Scooter. Wir hatten ja zuerst den C1, den C5 und den C7. Daraus haben wir quasi einen kleinen Mix gemacht und den perfekten Scooter gebaut. Der Reaper ist geeignet für die komplette Bandbreite. Es gibt Leute, die gerade erst angefangen haben mit Scooter fahren und ihn benutzen. Es gibt aber auch fortgeschrittene Lus Pros, die perfekt mit dem Scooter klarkommen. Jetzt nochmal was zu den Maßen. Also wir haben hier beim Reaper ein Deck, das ist 11,5 cm breit und 50 cm lang. Der Lenker ist 58 cm hoch und ebenso 58 cm breit und der ganze Scooter wiegt 3,8 kg. Den Reaper gibt es auch in mehreren Ausführungen. Wir haben aber den Grimm Reaper in schwarz, den Fire Reaper in rot, den Ice Reaper in mint, den Sun Reaper in orange, den Wave Reaper in blau, dann gibt es auch den Ocean Reaper, das ist in shiny blau und dann gibt es auch noch den Crown Reaper, der ist in shiny gold. Wenn ihr Bock habt auf den Reaper, dann schaut unten in die Beschreibung, da findet ihr einen Link dazu. Und wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr darunter natürlich auch gerne noch kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.